Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Birkenfeld mit Seasons. Wir wollen wieder GPS einstellen. Zack, hier haben wir das. Automatische Breite und flüssig aus, also Motorstarten. Das ist verdreht. So, jetzt muss man sich bloß noch anpassen wo den muss. Und ich muss dann bald nachfüllen, ich habe noch 35% drin. So, sieht gut aus und los geht's. Anschmeißen möchten wir es auch noch. Jetzt aussehen. Jetzt läuft das. So, jetzt stopp. Jetzt hier noch ein Stück zurück. So, das haben wir. So. So. Jetzt müssen wir es bloß da ran. Paar Kirschen und dann passt das. So, jetzt geht's los. Auf, los geht's los, wie man schon gesagt. So, drüber haben wir schon eine Spur gezogen. So, da kommen wir nicht mal bis an die Feldinsel da ran. Da kommen wir nicht mal bis an die Feldinsel da ran. So. 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 So, so. Zack. Ein Stück bleibt übrig, wenn ich das richtig sehe. Aber guck mal. Ja, ein Stück bleibt übrig. Aber so ist das nun mal. Man kann ja nicht alles haben. Dann machen wir, wenn wir das oben abgeschlossen haben, machen wir dann gleich hier noch den letzten Streifen auf der Ecke hier fertig. Dann brauche ich hier nicht mal bis ganz hinter fetzen. Aber da müssen wir sich noch in Stücke formen. So. Und jetzt. So. Und jetzt machen wir die letzten Streifen noch. Dann haben wir die Ecke hinten auch abgehakt. So. Können wir die erstmal so löschigen. Ja, passt. Guck mal was wir noch an Missionen haben. So. 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 Here actually. So. So. Neue Spur rein und dann passt das dann auch wieder. Das ist ja nicht so wie bei Armlighten. So, 4% noch. 3% Aber es ist nicht gut, dass wir es ein bisschen schaffen. So. Die letzten 50 Liter noch. Uh, das wird eng. Das wird eng, aber wir müssten es schaffen. Und habe ich es geschafft. Klappmarsch mit das Ding zusammen. So, jetzt müssen wir erstmal schnell bis zum Hof schnipsen. Das dauert einen Schluck. Einmal ist Quatsch, wenn ich so Händler düse. Und ich so Ding am Hof habe. So eine Flüssigdinger. Ankaufstelle. Wenn man das so nennen kann. so ein bisschen. So gillie. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. 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 Was hat sich da gerade eingehakt? So, und hohe volle Kraft drauf. Ah, 2 cm in den Gegenspruch gekommen und schon schießt er in Quartost-Gemüse. Wie schneller kommt der nächste. So, das ist die 1. 4 war es noch nicht. So, das ist die 1. So, komm. Ah, Baum. Der Herbie-V-Ausges vom Feinsten. So, hier ist die. So, ich muss gucken, wo wir stehen geblieben. Hier war alles fertig. Jetzt geht es weiter. Okay. Und ausklappen. So, Hammer. Und let's go. So. Dann bringen wir mal die letzten Meter noch zum Ende. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin die Bahn fertig. So, mal gucken, wann der grüne Slogan kommt. Die Mission erfüllt. Aber das werden wir diese Folge wahrscheinlich nicht mehr sehen. Denn wir sind schon wieder am Ende von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Däumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso.